Schilder nehmen? Ich kann's. Ich hab einen halben Steck mit. Ich bin voll voll und da unten im Wasser liegt noch Zeug. Da liegt noch Wasser, Eimer, Kohle. Lol da liegt die ganze Kohle. Wo liegt die ganze Kohle? Jonas nicht sterben. Wolle und Sattel und Blumen. Ein Wassereimer, den wollte ich haben. Die will ich gar nicht. Dann haben wir wenig Wasser. Ah ne Axt, cool, danke. Hat jemand sein? Dummz, dummz, dummz. Oh, oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Okay. Richtig voll. Äh, da unten liegt noch ein Eisenschwert. Ja, das hab ich da hingeschmissen. Warum? Weil ich Platz brauch. Du verreckst schon wieder. Hat jemand einen kurzen Ofen für mich, dann kann ich die 25 Eisen brennen. Nee, hab ich gerade nicht. Ich hab Ofen. Und laufen endlich mal weiter? Okay, warte hier. Ich kleb schon am Boden. Ich klatsch dir auch ein bisschen Kohle rein. Ja, ich hab auch. Jetzt bleib dir mal da stehen, okay? Ach, wenn du deine Kohle hasch, dann nimmst du mal meine. Die, die du noch nehmen kannst. Ich hab auch nur ein Stecks. Ah, lange. Jetzt hasch mehr. Und dann noch keine Kohle. Nee, dein, 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 nicht dein Z, sondern dein X muss immer minus 100 sein. Z war minus 510. Trink ja mal ein Verkar aus. Ich fäng dich schon mal gut an. Wo bist du? Was? Null. Okay. Ich färte dich mit dem Eisenbrenner, Nina. Wer hört Musik? Ah, Enderman. Wer hat ja gerade Musik gehört. Ich werfe jetzt alles ins Meer, was ich nicht brauche. Zwei Betten, weg. Sollen wir den Enderman killen? Nee, lieber nicht. Warum denn? Nachher geht schon wieder einer. Ich kann dir auch Eisen geben, wenn du willst. Hm? Nee, nee. Z minus 510. Wer hat eigentlich meine ganze Experience bekommen, als ich gestorben bin? Ich glaube ich. Ups. Hab 13 Level. Ich hatte 24. Ich glaube, man kommt maximal 6 Level zurück. Ja. Na, Bullshit. Jonas, wo bist du bei Z? Junge, immer wenn ich Eisen geben will, rennst du weg, ne? Oh, ja. Mach das. Ja. Mach das. Mach das. Dankeschön. Du schaffst es aber auch irgendwann nochmal hin, ne? Okay, das ist sowieso meine Schuld, aber... Äh, hat noch jemand Bock auf ein Bo... auf Pilze? Pilze sind wichtig. Hat jemand ne... Jonas, wo laufst du eigentlich hin? Ich hab keine. Kannst nicht mehr nehmen. Dann hol ich dich mal ab. Wow, ich reit mal ein Schwein. Du musst viel weiter links. Alina, Alina, warte hier. Viel weiter links, siehst du mich? Alina, hinter dir. Da hab ich die Workbench. Oh, da brummt ja schon wieder einer. Und, ey. Alina, da ich die Workbench. Ja, ich muss mich kurz vor dem Element sich halt bringen. Ne, der reagiert das eh. Ähm. Ja, deshalb bin ich heute sonst gegangen. Der war auf mich aggressiv. Ich hatte ihn angeguckt. Was wollte ich nochmal machen? Jetzt Beeilung. Ah, ich bin Jonas gerade am Abholen. Ich warte noch kurz meine Hühnchen. Oh, nein. Ich bin Jonas gerade am Abholen. Sorry. Wenn der halt in die falsche Richtung läuft. Wenn ich den töte? Hey. Ein Hühnchen davon war meins. Aber das letzte. Taha. Teste, stell noch mal noch einen Ofen auf oder zwei. Ja, warte ich noch einen. Nein, du brauchst keine machen. Ich hab doch. Ja, stell auf, los. Hopp, hopp. Hopp. Äh, gefälligst. Oder so. Ich hab' Eisen drin. Hast du jetzt extra Öfen gemacht? Ne, die waren schon da. Ja, ja. Leck mich. Ey. Diesmal war es nicht deins. Ich hab' nix weggenommen. Ich hab' nur ein Hühnchen. Oh, stimmt. Hä, warum dann nicht? Könnte ich jetzt da nicht. Hä? Ach so. Nun, das kommt schon daher. So, jetzt hab' ich fressen. Ey, die jetzt eisen gehört dir. Musst du reinschmeißen. Ja, woran? Hier ist gerade Gold drunter. Oh, da drüben. Der andere. Also, kann ich den hier wieder wegmachen? Nein. Wo seid ihr eigentlich, die anderen? Ich bin, müssen jetzt gleich bei euch. Gleich. Ja. Wo ist Lukas? Da läuft doch der, Mango. Ach da. Da läuft die Kette an deiner Nache. Ich ignorier mich nicht. Musst'n Eisenschwert in Arsch. Senkrecht oder waagrecht darfst dir aussuchen. Das ist ein Kwinchen in den Arsch. Alter, will ich mir jetzt ne Geflügelfüllung verpassen? Das verleiht Flügel. Trudarm. So, jetzt. Weihnachtsessen. Jetzt sind wir alle voll sehr witzig. Deine Sachen sind nicht gut. Hallo, ich jetzt das Kackgold und so fertig gebabbt. Seid ihr jetzt fertig? Nein, noch nicht. Hier. Essen, hier. Ja, jeder hat nicht Gold. Ach nee, halt, das ist Yannis. Äh. Ja, ich geb dir was, Jonas, hier. Sorry. Da oben ist ein Hühnchen, da ist ein Hühnchen. Mein Hühnchen. Scheiße. Scheiße, ich kann nichts aufnehmen. Ich kann nichts aufnehmen. Braucht wir essen, ich hab Brote. Äh, okay, das ist gut. Ja, gib her. Alles. Zumindest. Hä? Waren das alle Brote? Ich hab noch ein Hühnchen. Gib alle, ich bin der Nahrungsverwalter. Du bist ein Vergewaltiger. Ja. Können wir jetzt starten, oder? Ja, chill doch mal dein Leben. Halt, da waren Hühnchen drin. Nein, war's nicht. Doch, war's. Da waren Hühnchen drin, du Mongo. Stell den Ofen auf, leg die Kohle rein und leg mein Hühnchen rein. Oder gib mir das Hühnchen wieder. Warte, ich hab das Hühnchen nicht. Du hasch das Hühnchen. Ich hab das Hühnchen. Lukas, du bist scheiße. Willst ich nochmal sterben? Dann hab ich meine Rüchtung wieder. Nee, hab ich nicht. Ich hab dich. Die hab ich gar nicht. Ich will mein Hühnchen. Ach, Alina, du bist... Jonas hat das Hühnchen aufgehoben. Alina, kannst du mir dann wenigstens aus dem Eisen in neue Rüchtung machen? Jonas sagt gar nichts mehr. Ich will mein Hühnchen. Ah, mein Hühnchen. Alina, du kannst mir Eisen geben. Nein, ich hab mein Hühnchen nicht. Dann liegt doch mein Hühnchen. Geh mir alles nicht los. Das ist Jonas aus der Rüchtung. Alter, Janis, leck das Hühnchen raus. Janis, leck das Hühnchen raus. Ich hab's. Ach, scheiße, ich hab's. Du hast grad auch genommen. Lieg's in den Ofen. Ich hab's aus Versehen eingesammelt. Ah, leck's in den Ofen rein. So, Janis, komm mal her. Ich hab ne Eisenrüstung für dich. Hey, leck das Hühnchen in den Ofen. Hier unten. Ich hab das Hühnchen gerade. Ja. Jetzt, jetzt nimmt... Alter! Jetzt, Jonas, gib her die Scheiße. Ich will mein Hühnchen immer noch. Ist im Ofen drin. Echt? Aha. Meins. Ja. Sind wir jetzt fertig? Yeah, ich hab' den Deckel auf den Kopf. Jonas, meine Schuhe. Oh, ich schreibe nicht wegen Schuhen rum. Ach, ich hab' die. Ich hab' sie gerade auch gesammelt. Äh, die Öfen zu mir bitte, Alina, weil dann hast du... Nein. Nein. Ah, das tut ja mich eingegriffen, Alter. Ja, da haben die rechtlichen Öfen auch voll. Wo ist das? Da ist's. Äh, hier kommt Meer. Aha. Da hinten kommt Sand. Dann schwimmen wir durch. Wir haben doch Boote. Bestimmt. Nö. Schwimm einfach. Linksrum. Linksrum. Wo seid ihr denn da hinten? Dauert nicht. Dauert nicht lang. Da ist auch Lava, sehe ich gerade. Ja, nee. Jonas bleibt halt mal stehen. Jonas, komm hier. Da ist Lava, sehe ich gerade. Da ist Lava. Da ist Lava. Da ist Lava. Und Lava ist da auch. Mit deinem Arsch. Und Lava. Ja, ich hab' die Hände bestimmt nicht der Lava. Nee, die Güte noch mehr. Ach, und Lava. Nee, echt wo? Und Wasser. Feuer und Wasser, als fehlt nur noch Erde und Luft. Was ist? Dann wird Janis zum Avatar. Ja, Mann. Lukas, hock schon in die Luft. Dann geb ich Gas wie Jackie Chan. Da ist ein Wüchten Dorf. Leut, okay. Geh weg. Scheiße. Hätt ich schlechter in die Richtung. Ja, ich meins. Mein Wegen, ich schlag dich. Kann man auf Oktopussen rennen. Äh, reiten. Rennen. Lukas, bist du hinter mir? Nee, ich bin vor dir. Nein, du bist hinter mir. Scheiße, Janis.